Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Mineralstoffe im Körper. Der Film ist vorgesehen für den Grundkurs der Kursphase in den Gymnasien. Der Film ist folgendermaßen gegliedert. Im ersten Teil werden wir klären, was man unter dem Begriff Mineralstoffe versteht. Im zweiten Teil werden wir Einteilungen der Mineralstoffe kennenlernen. Im dritten Teil werden wir uns über Mengenelemente unterhalten, im vierten Teil über Spurenelemente und im fünften Teil werde ich euch eine Zusammenfassung vorstellen. Erstens, was sind Mineralstoffe? Vielleicht diese? Worum handelt es sich hier denn? Das hier sind Minerale. Ein Beispiel für einen Mineralstoff ist unser bewährtes und lebensnotwendiges Kochsalz. Oder auch dieses weiße Pulver ist ein Mineralstoff. Hierbei handelt es sich um Calciumcarbonat. Kochsalz hat die chemische Formel NaCl, Natriumchlorid. Calciumcarbonat hat die chemische Formel CaCl. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Probiere es am besten.